Hallo und Willkommen zurück. Was haben wir denn hier? Druckpunkt. Fleisch ist wach, ruft dein Priester. Ist okay. Glaubenssüter können passieren, wenn sich die Beziehung weiter verschlechtern. Equal sein. Er versteigt. Ja, ich will da noch nicht zu weit reingreifen. Okay, wir müssen irgendwo nach Winterheim. Wir machen mal ganz kurz Pause. Wo ist Winterheim? Keine Ahnung. Winterheim ist hier. Nein, der Überlebende, die werden bald ankommen. Okay. Aber wo ist Winterheim? Ich finde die Ruinen von Winterheim. Wo denn? Keine Effekte. Ach, wir haben ja noch Stimmt. Ah, Rudenhöhle. Okay, wir haben ja noch das. Wir können also nicht so agieren, wie wir wollen. Wir haben 500 irgendwas von dem. Okay. Nutzpflanzen-Auswahl. Haben wir irgendwas, was wir tun können? Eine Woche Sitzungspause. Jetzt müssen wir überlegen. Hm. Was ist eigentlich hier aus? Brauchen wir noch irgendwas? Pflanzen brauchen wir. Genau. Hier haben wir noch was. Menge 400. Das ist nicht 4. Okay. Wir legen erstmal die Nahrung frei. Das müssen wir sicher genug haben. Okay. Gehen wir mal nach hier. Wie sieht's hier aus? Ja, so ganz rosig nicht. Können wir irgendwie Material einschicken? Nö. Ich bin selber gerade ein bisschen im Hintertreffen. Okay. Wir sind hier selber gerade im Hintertreffen. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir müssen definitiv den Sturm überleben. Das ist erstmal unsere größte Sorge. Was haben wir jetzt hier? Irgendwie... Kohle fehlt noch. Wir müssen unbedingt das Ding überleben, ne? Ach, bleibt uns erstmal nichts über, ne? Sourcen werden knapp. Das ist frei gelegt. Dann hätten wir bald das. Ich hoffe, das Ding zieht langsam echt weiter. Gibt's Pflanzen Auswahl. Hm. Leben. 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 Eine Abwärmenutzung. Wird massiv abgelehnt. Okay. Wird massiv abgelehnt. Okay. Wir streiten. Wir streiten. Wir streiten. Gleicht. Hausesbedarf steigt. Äh? Stattungszeremonie. Regierung. Können wir irgendwas machen? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gesetz vom Rat verabschiedet wird? Stark erhöht. Aha. Aha. So bin ich noch nicht stark genug. Okay. Okay. Was brauchen wir? Tiefenschmelzer wäre ganz geil. Frost besiegen bis 12 Worschen. Okay. Wir warten erst. Können wir generell noch irgendwas machen, was uns jetzt gerade weiterbringt? Zum Beispiel Alkohol. Weizorganisation. Unkomplex. Krankheit steigt gleich. Pausung. Das. Benziniert der Wärme. Okay. Mhm. Was haben wir noch? Gesellschaft. Blumenkrankenhäuser. Behandlung. Irgendwisse. Bei den Beziehungen. Beziehungswechsel. Verpflichtende Ehe. Hm? Ehe? Das ist das Fundament der Gesellschaft. Garantiert stabiles Wirkungswachsene. Deshalb müssen alle Erwachsenen irgendwo nach heiraten. Und das tritt auf. Okay. Behandlung. Klinische Studien frei. Ich würde das hier erforschen. Einfach weil es gerade geht und wir die Güte haben. Würde aber auch gerne. Wenn wir denn noch irgendein. Ja. Runtergefahren. Bringt mir alles. Uh. Ist der Kumpel weitergezogen? Müssen den Kohleabbau fördern. Sonst haben wir bald Probleme. Das Ding muss echt weiterziehen. Wenn wir im Dragonaute noch irgendwas machen. Überheizbedarf steigt. Ähm. Rohstoffe. Ne. Wir beide Pus haben. Möchte die hier halt nicht verlieren. Das ist mir das. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Krankheit. London geheilt. Mhm. Wie geht es jetzt weiter? Wie müssen wir denn? Ja. Ne. Ne. Fischfraglager. Ja. Mir fehlen. Wie fehlen diese Marken. Ich muss Winterheim finden. krank geworden. Könnte nicht mehr arbeiten. Ja. Ich muss irgendwie diese Dinger hier hochfahren. So fehlt es mir an Kohle. Meine Nahrungsressourcen ist auch langsam am Ende. Fünf Wochen. Glück hatte ich volle Silos. Derzeit pausiert. Wegen Anforderung nicht erfüllt. Ja. Wegen. Ja. Danke. Du wirst es ja eigentlich. Anforderung nicht erfüllt. Ey. Das ist gerade echt krampig. Was haben wir denn? So. Sozialstütze. Kostung. So Grundbedarfsdeckung. Erhöht Vertrauen. Weniger effektiv. Aber nichts tun. Nicht hin. Wieder arbeiten. Aha. Bedingungen der Ungleich. Anforderungen. Nur ein Tor. Ich möchte das machen. Wie die arbeiten. Soll natürlich auch etwas bevorzugt werden. Natürlich sollen die nicht arbeiten. Auch nicht gerade sterben. Ich kann ja nicht. Mir fehlen die Dinger. Dazu fehlt mir die Kohle. Könntest du bitte weiterziehen? Mr. Storm. Haben wir noch irgendwas, was wir an der Stadt verabschieden können? Was möchten sie denn gerne? Können sie auch so machen. Ostländer. Machen wir am wenigsten. Obenshüterfraktion schwach. Neutral. Schwach. Null. Null. Können wir ein Projekt finanzieren. Wenn wir. Ich kann ja nichts machen. Das ist auf die so groß. Das große Problem. Um irgendwie was. Dementsprechend umzusetzen. Regierung. Wird nicht unterstützt. Plötzlich sind dagegen. Null dafür. Funktioniert nicht. Kriminalität. Da müssen wir irgendwas machen. Immunität erwachen. Die Berufsjugend. Wirkungswachstum sinkt stark. Haben wir gut. Spannungen steigen stark an. Ansteckungsausreichen. Die Menschen sind gespalten. Die Menschen sind gespalten. Äh. Und leicht. Wir schlagen das mal vor. Und und baue ich einfach noch. Hütten. Komm. Ja. Langsam steige ich da so ein bisschen hinter. Wie man das effektiv lösen kann. Aber wir brauchen jetzt mehr Wohnraum. Klar, keine Frage. Alles cool. Aber ich brauche erstmal die Kohle. Irgendwie über die Runden zu kommen. Experimentelle Behandlung. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Filtrationszone. Nein, der Buntwerkstoff. Wie soll ich das jetzt verstehen? So. Ich würde aber gerne mehr Ostland. Erntemaschinen. Ist 16 drin? Aha. Weil irgendwo was niedrig ist. Oh, Logistikzentrum. Okay, die haben automatisiertes Logistikzentrum. Wer broscht das? Frostländer. Kann Frostländer eigentlich ganz gut leiden? Jetzt haben wir mehr Arbeiter. Da brauchen wir nur noch die Kohle wieder. Ich muss glaube ich den Sturm den Sturm weitestgehend überleben. Ich glaube hier ist irgendwo Winterheim. Das kann ich mir echt vorstellen. Die Wiesen. Kann man das Ding hier lesen? Die Sehnsucht. Äh, die Schlucht. Ups. Ich muss erst mal ein bisschen zusagen, dass ich für die Expeditionsteams rankriege. Vorher kann ich generell nix tun. Ich nehme erst mal ein V rein. Ich bin ja die Ruin von Winterheim. Würde ich gerne machen. Brauche auch mal eine Kohle wieder. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Ja, dann erhöht sich der Wärmebedarf. Ja, wir haben eine Unterdeckung. Wir haben einfach eine Unterdeckung. Steht auf jeden Fall fest. Was kostet mich jetzt eigentlich ein Nahrungsmittelbezug? Leben viel mehr Menschen unter uns. Auch unbedingt. Ein coole Dings wieder. Nicht die Anforderung. Nicht 25 Teams. Können wir das hier nicht schon langsam mal hochfahren wieder? Können ja nicht ewig hier rumdümpeln. Ja, Spiel speichern. So. Machen wir erst mal die Außenteams. Dass wir die Kohle besetzen können. So. Was? Wieder wiederkommen. Vorratskapazitäten. Produktion 400. Genau. Entforderungen. Haben wir. Wir haben keine Nahrung. Wir müssen jetzt öfter mal zusehen, dass wir... Wir fahren jetzt die Produktion mal so hoch, wie es funktioniert. Gucken, wie viel Zeug wir brauchen. Ich muss erst mal was wissen. Oh, die Kohle kommt wieder. Ja, geil. Hier noch was. Drei Wochen. Dann können wir den Kram abreißen. Erst mal produzieren. Habe ich keine Arbeiter mehr? Geil. Okay. Mehr Nahrung auf Grundchemische zu setzen. Geil. So. Ich möchte das gerne ausbauen. Ja, ich möchte das gerne ausbauen. Bitte. Ah. Ich brauche zwei Kerne. Okay. Kriege jetzt zwei Kerne her. Triege Leute aufnehmen. Ach da. Können wir da hin? Wo kriege ich jetzt Kerne? Hier wird denn das? Wir werden das? Wir werden das? Ähm. Das brauchen wir jetzt schnell fertig. Können wir noch was zum Forschen? Nee, noch nicht. Wir schicken Waren. Also wir kriegen Kohle. Wir sind gedeckt. Müssen wir. Ah. Die so 50, 60 haben. Abstimmung. Was haben wir denn? Experimentelle Behandlung. Wir stimmen darüber ab. Also ich finde das gar nicht verkehrt. Okay. Was ich in Ordnung finde hier. Die Delegates haben gesprochen. Die Law ist tabelt. Okay. Wurde abgelehnt. Sollen da ruhig weiter dran forschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das hier haben. Äh. Das hier. Sind wir da. Logistik. Vorhut. 600 Arbeitskräfte. Okay. Das kriegen wir hin. Wir haben hohe Kriminalität. Wir brauchen mehr Waren. Oh, mein Hals. Hin. Hey, wo ist denn? Vorhut. Was kommt noch da? Hier hatten wir doch. Wir hatten jetzt das. Wir müssen wieder. Was ist hier? Lagerkapazitäten leer. Na gut denn. Abreißen. Lagerkapazitäten leer. Abreißen. Ja, möchte ich. Dann brauche ich es zur Not einfach neu. Brauche ich ja nicht. Auch einfach nur die Ressourcen hier drin sind. Mal noch einen Kern kriegen. Nahrung ist gut da. Das ist gut da. Wenn wir eventuell sagen. Minus 14. Okay. Hier müssen wir das Tiefending. Können wir das. Können wir das endlich machen? Ich muss schwören in Frost. Sieg um das zu erforschen. Okay. Riecht das? Tonverbesserung. Ressourcen. Ähm. Ja, Alien. Quarzgießerei. Die denn steigt. Krankheit steigt. Hm. Oh, giftige Dämpfe ist nicht geil. Ostland. Erntemaschinen für Engpass. 20 Prozent. 20 Prozent ist eine Menge. Komm, Feuer frei. 20 Prozent ist echt eine Menge. Können wir jetzt hier oben irgendwas machen? Expedition starten ist gefährlich. Ich brauche noch einen Kern. Wo finden wir noch einen Kern? Gehen wir mal in die Berge. Oh, Geschwindigkeit erhöht. Geschwindigkeit ist erhöht. Was haben wir hier? Zerreten. Zerlegen. Äh. Verstehe. Hier sind wir echt gut aufgestellt. Die sollen sich die Lager erstmal wieder voll machen. Geht, äh. Extrem erhöht durch Behausungsknappheit. Eigentlich nicht einfach. Okay, mir fehlen 200 Arbeitskräfte. Mir fehlen 200 Arbeitskräfte. Hm, hm. Nicht einfach. Achso, wir sind hier schon. Einige Menschen werden sterben. Triage möchte ich jetzt ungern haben. Und wenn ich einfach Leute her schiebe. Hm. Wir machen das mal so. Was haben wir denn? Zeit für eine Pause. Gemeinnützige Arbeit. Oberhaupt. Mehr und mehr Einwohner wehren sich gegen das geltende Gesetz. Aber über gemeinnützige Arbeit. Wieso muss die Stadt bei der Ressourcenförderung helfen? Ich dachte halt, wir brauchen Materialien nicht mehr so dringend wie vorher. Müssen wir jetzt ewig weiterschuften. Ich verstehe. Ich werde das besprechen. Nehmen wir gemeinnützige Arbeit weg. Ich muss jetzt erstmal Winterheimer finden nebenbei. Schicken da Leute rüber. Haben wir jetzt Leute hier? Die Leute kommen. Er sind Expeditionen. Unsiedeln. Drei Wochen. Wenn wir den Bezirk hier ausbauen. Und werden wir hier unten noch was reinsetzen. Die haben einen Wärmebonus. Ich gucke hier, ob noch Ressourcen drin sind. Boah. Könnte man ja auch zur Not noch fördern. Dann machen wir das so. Wir müssen das dringend im Blick behalten. Genau wie das hier. Null Wochen. Null Wochen. Null Wochen ist es soweit. Da werden wir gemeinnützige Arbeit abschaffen. Wir haben ein Problem. Ich habe so viel losgeschickt. Die werden hier oben nicht arbeiten. Trotzdem mehr von. Ja. Wir werden das schon schaffen. Wir werden das Kind schon schaukeln. Haben wir nicht echt. Die Mitglieder verbleiben drei Tage. Aber wir kriegen das hin. Kriegen alles kaputt. Mal hier. Ja. Abbauen. Wir können die Ressourcen gut gebrauchen. Äh. Zum Druggernaut. So. Wir bauen jetzt hier erstmal. Ein Wohnbezirk. Und zwar hier unten rein. Gut. Wir haben die einen neuen Wohnbezirk. Und zwar an einer coolen Stelle. Wenn nicht mehr ganz so kalt ist. Wir müssen ja noch. Irgendwie zusehen. Dass die wieder fit sind. Ostländer. Okay. So. Stadt. Stadtentwicklung. Das Problem ist. Dienstbefreiung. Wir haben am Markt ein Einkommen. Wir werden das mal vorschlagen. Wir müssen uns ja jetzt weiterentwickeln. Komm. Schaffen wir das? Ah. Sind alle nicht so auf meiner Seite. Bin ich ein bisschen schwierig gerade. Da haben wir eine kleine Runde Wassersippen nebenbei. Wollen wir dich hin? Ah. Ja. Wir machen das jetzt einfach. Denn wir brauchen. Was ist hier? Verschleiß. Ja. Reparieren. Was ist hier? Der gefrorenen Wald. Genau. Wir werden dich aus. Wir werden dich. Das ist ein. Das war der gefrorene Wald. Den brauche ich auf jeden Fall. Was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas? 58 Wochen. Hier haben wir noch 300 irgendwas Wochen. 700. Also. Momentan kommen wir erstmal ganz gut hin. Wir haben noch ein bisschen Lagerbestände. Wir sollten aber wieder was aufbauen. An Lager. Können wir denn noch irgendwas erforschen? Ob Quartier der Speer. Luftfähige Fracht-Docs. Oh. Außenproduktion über Luftfähige verbunden. Oha. Aufsichtigte Fracht-Docs. Wollen wir das mal machen? Wir werden uns den mal angeben. Wir müssen auch ein bisschen sparsam mit den Ressourcen sein. Hier sparen wir ein bisschen Personal. Aber ich denke mal, das wird nachher darauf hinauslaufen, dass die Dinge angegriffen werden. Aber wie gesagt mal so, wir sehen uns in der nächsten Folge und schauen uns das dann in Ruhe an. Bis dahin. Ciao. Oh. Boa.